Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg ins Sumpflager, wo auch immer noch mal der Weg war. Der war doch eigentlich hier, oder? Genau da vorne, über die Brücke. Genau, habe ich fast vergessen. Und wir sind Teil vom alten Lager geworden. Teil der Schatten. Und wollen uns zum Ganzen hocharbeiten. Und vielleicht auch Gommes vom Trunk großen. Weiß ich nicht. Überlegen wir uns. Vielleicht schalten wir auch die anderen Lager aus. Weiß ich noch nichts. Werden wir aber alles noch irgendwann machen. Spätestens, wenn wir die Story durch haben, werden wir jede einzelne Person hier noch ausschalten. Da habe ich irgendwie Bock drauf, das mal auszuprobieren. Einfach mal zu machen. Da sind wieder Warane. Ich habe, boah, mich mal mit denen anzulegen. Wir haben ja jetzt eine bessere Rüstung. Komm, ein. Einer. Ich will nur einen von euch. Ich will nur einen von euch, ja. Komm. Jo, alles klar. Alter. Boah. Haben wir geschafft. Okay, aber von denen können wir nichts holen. Aber wir haben es geschafft. Alter. Also doch. Essen wir mal das Brot. Und den Käse. Was haben wir noch zu essen? Wurzelsuppe. Von dem Fleischmannsenragut haben wir so viel. Alter. Krass. Okay. Von den Waranen kriegen wir nichts. Wie viele Erfahrungsmutter haben wir jetzt? Äh, wo war das? Was ist da? Oh, nur noch 350? Kaffen wir die? Oh, die schaffen wir wohl gleich, ne? Äh, da müssen wir. Weil es jetzt auch schon dunkel geworden. Wir hätten vielleicht pennen können irgendwo. Oder pennen sollen. Ich mach hier auch nochmal ein Save Game. Nicht, dass wir jetzt irgendwie attackiert werden und nichts sehen. Und dann einfach drauf gehen. Und dann gegen die drei Warane dann noch einmal kämpfen müssen. Aber die sind stark genug gegen drei Warane. Immerhin. Mit der Rüstung auf jeden Fall. Und dem Schwert. Gegen Karim kommen wir aber noch nicht an. So, da haben wir das Sumpelager. Was passiert, wenn wir jetzt eigentlich mit Laris reden? Beziehungsweise, ich mach hier jetzt auch noch einmal ein Save Game. Und lauf mal in den Spant da mal rein. Die quatschen uns bestimmt an. Nee, die quatschen uns nicht an. Manche lernen gar nicht. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja, und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Einen Fokus? Was kann ich dabei tun? Äh. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Okay. Ähm. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Ja, was weißt du über das Kraut? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja. Immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Okay. Erzähl mir was über die Gilden. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie haben einen und einige den... Das hat mir ja Koma. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer. Wir beten. Und daran glaubst du? Hey, du kannst dir... Okay, bringen wir gar nichts. Äh... Zeig mir den Weg zum... Zeig mir den Weg zum... Zum, äh... Der Schläfer möge dich behüten. Das nächste Mindcrawler. Kapitel 2. Wir haben erst ein Kapitel geplant. Hier gibt es Kapitel? Ich würde aber sagen, wir pennen. Okay, wir dürfen hier nicht einfach so fänden. Bei denen. Äh... Iberion. Wo finden wir Iberion? Vielleicht quarten wir mal mit Juru. Äh... Ne. Teil von denen wollen wir ja nicht werden. Wo könnte Iberion sein? Wahrscheinlich hier irgendwo, oder? So. Ich quatsche mal mit dem. Oder nicht? Gleich oben. Boah, ich sehe gerade gar nichts. Ähm... Äh... Äh... Iberion höchstwahrscheinlich hat mir, äh... Die Erlaubung. Der Novize Lester schickt mich. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Okay, äh... Gut. Ich bin mal vorsichtig. Bisschen langsamer hier. Aber wir haben es in Kapitel 2 geschafft. Ähm... Bevor ich mit Iberion quatsche... ...würde ich vielleicht nochmal ein Savegame machen. So. Boah, jetzt sind wir das erste Mal hier drin. Ist das der Iberion? Die haben hier auch Frauen, okay? Chani. Und das muss Iberion sein. Äh, sei gegrüßt, Meister Iberion. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... Nun gut. Was willst du? Äh, mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nüras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Okay, was hat es mit dem Fokus auf sich? Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der fünf Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Okay, äh, wo soll ich suchen? Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Okay, ich werde den Fokus zurückbringen. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Okay, da bin ich gespannt. Äh, ja, ich habe den Fokus immer noch nicht gefunden. Ich war noch nicht mal weg. Wir machen noch einmal ein Save Game. Ich will mal die eine da anquatschen. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Okay, wir werden, wir werden die Frauen hier noch befreien. Und eigentlich, ja, eigentlich werden wir die alle hier noch befreien. Aber ich habe trotzdem vor, kurz, äh, also ich werde einen zweiten Spielstand anlegen, so einen Speicher, äh, zweiten Speicher Slot benutzen, wenn wir kurz vor Ende sind. Also, hier kommen wir so nicht da runter. Das funktioniert so nicht. So, äh, hier, hier, komm hoch. Ja, nein! Boah, ich dachte, wie springt der denn? So, der saß da hier nach rechts. Oder? Äh, Iberian hat den Noviz Nyras ausgesandt, um den magischen Fokus zu holen. Doch er kam bisher nicht zurück. Der Guru gab mir eine Karte, auf der der Weg zum Fokus eingezeichnet ist. So, gucken wir uns mal die Karte an. Ah, Fokus-Karte von Iberian. Gucken wir uns die jetzt mal an. Ah, okay. Okay. Also, hier hoch und dann am Wald vorbei. Also, oben am Wald geklangen. Beziehungsweise, Waldwarten. Okay, durch den Wald und dann nachs da oben. Also, wir müssen schon in den Wald rein. Da haben wir keine andere Wahl. Die sind wieder da. Kapitel 2 und die sind alle wieder nachgeladen. Also, wieder gespawnt. Okay. Gut zu wissen. Dann werden wir alle wieder ausschalten, bevor wir ins nächste Kapitel kommen. Kapitel 3 oder so. Dann sehen wir zu, dass wir stark genug werden, um alle auszuschalten, damit wir jede... Ähm... Wie kommt's, dass wir die nicht gesehen haben? Wie kommt's, dass wir die nicht gesehen haben? Da sind noch mal ein paar Skavengers. So, wie sieht's eigentlich aus? Stufe 7. 18.000 müssen wir jetzt erreichen. Okay. So. Ähm... Jetzt ist die Frage, ist Lefty noch am Leben? Oder wieder am Leben? Äh... Bei 10 tue ich jetzt gerade echt nichts. So. Wo genau sind wir schon? Okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen rein und dann nach rechts. Ist noch hier schon nach rechts? Ich weiß es nicht. Ich sehe aber gerade gar nichts. Was sagt denn die Uhr? 0.34. Bin ich hier noch überhaupt richtig? Sieht so aus, als wäre ich hier richtig. Ich wünschte, ich könnte was sehen. Ist hier aber so gut wie gar nichts. Was haben wir hier? Ah, wieder ans Gewänder. Ah, da sind noch mehr. Von denen. Die schalten wir mal alle aus. Es gibt ordentlich Fleisch hier jetzt. Yo. Wie geil. Äh, nee. Warte. Zurück, zurück, zurück. Da auf die Seite. So. Dann machen wir hier jetzt auch nochmal ein Save Game. Äh... Wir müssten hier aber auch noch einmal auf die Karte gucken. Okay, noch ein bisschen. Da vorne müsste es dann hier irgendwo sein. Krass, wie stark wir eigentlich sind. Okay, ich glaube, noch nicht stark genug gegen alle, aber... ...gegen viele. Ich kann hier aber nichts sehen. Auf der Karte sehe ich, also... ...dem Aufnahmewildschirm vom OBS sehe ich jetzt auch nicht. Auch fast gar nichts zu erkennen. Wir sind aber schon richtig hier irgendwo. Jetzt ist nur die Frage, wo. Hier muss ich irgendwo suchen gehen. Ich wünschte, ich könnte wirklich was sehen. Hier sehe ich schon ein bisschen besser auf dem OBS-Bildschirm. Ich habe ihn gefunden. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Äh, ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine stirbt! Ach nein, Winkl. So, Stahlzungen nehmen wir mit. So, Meeresklippe nehmen wir alles mit von dem. Wir töten ihn aber nicht. So, Serapis nehmen wir mit. So, dann machen wir hier ein Save Game. Oh, Waldbären. So, schauen wir mal, ob wir jetzt den Weg wieder zurückfinden, im Dunkeln. Ich muss jetzt wirklich auf einen anderen Bildschirm gucken. Weil hier auf dem Hauptbildschirm sehe ich gerade echt nichts. Vielleicht auch, weil meine Lampen hier zu helllich beleuchten. Dass ich nichts erkenne. Da haben wir Steinwurzel. Und Serapis. Ja, gucke ich erst mal auf den OBS-Bildschirm. Okay, noch ein bisschen. Ein bisschen können wir noch gehen. Ich will die ganze Zeit drücken hier, um zu rennen. Aber hier ist ja das kein Rennen. Sondern langsam laufen. So, auf dem Weg werden wir aber auch irgendwie nicht angegriffen gerade. Ist das hier schon die... Ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt, weil wir hier nicht vorhin nicht entlanglaufen sind, dass wir hier angegriffen werden gleich. Und irgendwas. Okay, da müssen wir ein bisschen rennen. Das sind doch ein bisschen zu viele. Da haben wir Skewender. Okay, die Skewender machen aber keine Karten. Gucken wir jetzt nochmal auf die Map. Wo sind wir genau? Wir sind aus, wir sind durchgelaufen. Egal, dann gehen wir mal einen Umweg. Halt, ausnahmsweise. Machen wir hier auch nochmal ein Save-Game. Nicht, dass wir gleich drauf gehen. Dann gehen wir außen rum. Ah, die Weltkrieg wieder. Wir gehen mal ein bisschen schneller. Um die kümmern wir uns nachher. Genauso wie die Wölfe kümmern wir uns auch nachher. Aber wir sind jetzt wieder auf dem altbekannten Weg. Da bin ich jetzt gespannt. Wir warten aber auch gleich, beziehungsweise nachher, wenn es heller ist. Dann machen wir uns mal auf die Jagd nach den ganzen Viechern hier. Denn die sind alle gerespawned in einem neuen Kapitel. Also Kapitel 2. Als das begonnen hat. Die Skewender sind irgendwie lustig um Geräusche, ja. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Da, da. Ja, haben wir jetzt einen langen Umweg gemacht. Aber egal. Dann gehen wir mal direkt zu Iberion. Nicht direkt zu Lester, sondern erst zu Iberion. Geben ihm das. Aber wir müssen eh an Lester vorbei. Aber ist egal. So, da wären wir auch schon gleich. So, da wären wir auch schon gleich. So, da haben wir Lester, aber wir quatschen ihn noch nicht an. Gut, der will auch nicht mit uns quatschen. Äh, wo war denn das nochmal? Ich glaube hier rum. Ich glaube, Yoshi ist schon am schlafen bei. Wollen wir mal. Genau, hier. Ah, ja, genau. Der schießt wirklich verdammt ruhig gerade. Ah, okay. Der bewegt sich doch. Ich hatte jetzt Angst gehabt. So, gut, dann gehen wir nochmal zu Iberion. Hier haben wir einen Fokusstein. Hä, wo ist er hin? Wo ist er hin? Machen wir einmal so. Uh, Natalia. Und Chani. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Die Outfits gefallen mir. Aber ist ein bisschen zu sexy. Gucken wir mal erst hier rein. Kann ich hier einfach pennen? Jo, ich kann hier einfach pennen. Bis zum nächsten Morgen. Ich habe dafür jetzt keinen Ärger gekriegt. So. Äh, ich habe den Fokusstein. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Kor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay. Äh, wie sieht's mit meiner Belohnung aus? Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay. Äh, der Novize Nüras hat den Verstand verloren. Er faserte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Okay. Dann war's dann. Äh, warte. Wem muss ich das bringen? Äh. Die Bärin hat mich beauftragt, den Fokus zu Kor Kalom. Okay. Kor Kalom. Schaffen wir. Dann bringen wir das zu dem. So, wo warten wir überhaupt Kor Kalom? Und wir lernen hier gar nichts. Ich hoffe, ich werde lieber Haus. Ich glaube, der war... ...hier jetzt nach links, ne? Genau, hier war der irgendwo. Oder? Warte, hä? War der nicht hier? Da hinten vielleicht? Ja, hier, hier war der. Da oben hat er gespürt. Okay. Komm. Abziehen nach oben. Ja. Okay. Okay. Und hier, Kor Kalom. Was willst du? Äh, Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verfeuert. Äh, Sekret? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Jo, die haben wir schon, äh, kennengelernt. Ja. Ausgezeichnet. So, erzähl weiter. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt, als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig nach. Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist. Nur, dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur, die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert. Aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Okay. Wo finde ich die Mindcrawler? Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Okay. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavid. Er wird dir helfen. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo, noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na dann bin ich ja beruhigt. Ich find's auch interessant, wie gespräch der ist. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich hat er das gesagt. Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Das wird bestimmt eine finstere Lüge. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst. Sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir... Wir befragen erstmal hier die ganzen Leute und so. Bevor wir irgendwie weitermachen für die Dudes hier. Wir befragen die erstmal. Finden ein bisschen Informationen raus und so. Warten mal mit jedem, der einen Namen trägt. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus.